Ja und hiermit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Nathan Drake The Collection Wir befinden uns direkt zur Tunja und wir befinden dem 90% schon zu Ende der Story und ja, wir befinden uns hier am Ende Und ja, wir müssen jetzt die aufhalten, damit sie nicht den Schatz befreien, weil der Schatz nämlich verflucht ist So, wo ist dieser Verfickte eigentlich, sorry, aber wir sind schon wieder beim falschen Gebäude, der ist da Ach, können wir nicht auf eine Seite rein? Ne, die ist das zu Gut, müssen wir hier rein Gut, geht's ok Gut, gut Gut, gut 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 Okay Gut Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Ja, aber erstmal würde ich immer ein paar Waffen sammeln, ne? So ist das. Ja, ich hoffe euch hat dieses kleine Video gefallen und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auf gefällt mir klickt und wir sehen uns bei der nächsten Folge, also nicht nur auf gefällt mir, sondern auch mich abonniert und Feedback hinterlasst und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge, euer CH18 Gaming.